so Nummer zwei wird jetzt glaube ich richtig spannend wie gesagt ich brauche dringend so ein Unboxing Messer das heißt mal bei YouTube hey der Archer sie wieder okay jetzt mal was rummachen So, jetzt geht's. Ich glaube, so soll es am Ende aussehen. Und das ist mein Campingtisch. Es sei denn, du möchtest dich mal hinsetzen und auf den See gucken. Auf den See. So, Campingtisch. Kocher ist da, Stühle sind da, Tisch mit Stühlen ist da, Zelt ist da. Es fehlen Luftmatratzen und die Schlafsäcke. Ich habe zwei gestellt. Strom ist auch da, den werde ich nachher gleich mal probieren. Ja, wir haben alles. Kann losgehen. Das war ja